Seit tausenden von Jahren kämpfen die Menschen gegen das Altern der Haut und den Verlust der Jugendlichkeit. Ein aussichtsloser Kampf, denn niemand vermag die Alterung aufzuhalten. Bislang. Dank modernster Beauty-Technologien ist es möglich, jetzt das Rad der eigenen Zeit zurückzudrehen. Entdecken Sie jetzt Ihr junges Ich. Mit Bias nutzen Sie modernste Beauty-Technologien bequem bei sich zu Hause. Bionic Yonteforesis Technologie. Sie reduzieren wirksam Falten, natürlich und effektiv. Bionic EMS Technologie. Sie straffen Haut und erhalten ein festes Gewebe, sanft und schnell. Bionic RF Technologie. Sie bauen Fettdepots ab und erhalten jugendliche Konturen zurück. Sie sehen 20 Jahre jünger aus, dank moderner Bionic Beauty-Technologie. Und jetzt ganz neu und weltweit patentiert. Der Groomster. Entdecken Sie jetzt Ihr junges Ich. Jontasonic Face Care Technologie. Jontasonic DNA Regenovation Technologie. Verjüngen Sie Ihre Zellen täglich und werden Sie bis zu 20 Jahre jünger, dank moderner Yontasonic Technologie. Yontasonic Body Care Technologie. Sie fühlen sich 20 Jahre jünger an, dank moderner Yontasonic Technologie. Die Zukunft professioneller Beauty-Hightech hat begonnen. Weltweit patentiert und exklusiv bei BIAS. Sehen Sie bis zu 20 Jahre jünger aus, fühlen Sie sich bis zu 20 Jahre jünger an und verjüngen Sie Ihre Zellen bis zu 20 Jahre. Beschenken Sie sich mit neuer Jugend. Testen Sie jetzt das BIAS Beauty-Hightech-System, den BIAS Facelifter und den BIAS Groomster. Discover your new you.